Herzlich Willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play, äh, Go Beacacen. So, wir haben das letzte Mal so eine Sportart gemacht, wir sind immer noch im Wasser gesorgt und machen jetzt neue Sportarten. Ähm, ja, das haben wir noch nicht, dann nehmen wir das jetzt einfach mal und schauen wir an, was das ist. Alter. Ähm, nein, ich habe noch nicht das ganze Sport gesehen, ich glaube, das ist falsch. Der größte Abwacker am Morgen, ich bin zum sechs Uhr, keine Ahnung, ich bin zum zwei ins Bett gegangen, und hab mal aufgestanden, hab das Fenster aufgemacht, war total stickig da. Regnet, es kommt nett rein, meine ganze Vorderung mal tatsächlich schwarz. Nein, mach du vor eins. Da musste ich so um fünf Uhr in der Früh, muss ich alles so wegwischen. Das geht, das ist ja super hier. Also, ach, leck mich doch am Arsch. Ähm, was sollen wir jetzt machen, aber du kleine... Ich dachte, du bist ja gerade reingegangen, oder nicht? Ja, ja, klar, wir müssen jetzt irgendwo hinfahren. Hast du das beendet, weil ich jetzt immer noch die Dinger, du hast beendet. Ja, was? Verfickt, nein, habe ich noch. Doch. Ich gehe jetzt erst los bei der großen Suche. Ja, dann geht's nur wieder. Ähm, finde alte Flässe, ich glaube, ich finde das auf deinen Hügel. Ähm, okay, äh, was müssen wir jetzt suchen? Wir sollen was suchen. Lass uns erstmal einen Rest machen, glaube ich, weil das kann man erst machen, wenn man alles andere gemacht hat. Nein, kann man nicht, man kann jetzt was suchen. Da ist doch der roter Punkt, der wird dir sogar angezeigt. Ah, dir ist noch ein roter Punkt, direkt bei mir. Du Agrarübten. Ah. So, jetzt drückt keiner mehr was, nur noch Abbruch. David, drück scheiße Abbruch, sonst schlag ich dich heute. Zwar Windelweich. Drück den ficken Abbruch. Boah, ich schlag dir so ins Gesicht. Wieso, was musst du mir machen? So ein Pillen anfängst. Ja, wir sollen uns den scheiß Chatsky holen und den scheiß machen. Noch fünfmal. Und wo ist das? Jürgen, übergibst du uns heulen an, Alter. Loll. Loll. Ja, es ist die Diversität von Völkungen. Du bist aber auch nicht zum Urlaub. Aber auch nicht, dass die Däpfe, 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 die Däpfe. Stopped bleibt stehen bleibt stehen. Das wir stehen. ich bin mir irgendeinen Weg zu finden wo bist du? ich such jetzt mal dahinter wenn das nicht ist wenn es nicht ist verfickte Judenkacke was? das erinnert einer richtig irgendwie so an wie Sports nein erinnert es nicht wie Sports war nicht so gay mit der großen Neppe und so weiter nein wie Sports war nicht so schwul alter das war nicht so eine schwule scheiße das konnten die sich nicht mal leisten man boah ich krieg's trotzdem nicht über wer was du spielst die du grad schlecht machst ja so fless ist das was respektlos ist zu verbrechen wie sagt man mal was? ich glaube eh sogar nö nee weh ich weiß es nicht wow was du es gesehen hast ich hab's gesehen ich nehme ein bisschen zuerst und was suchen wir jetzt genau äh ok und wo suchen wir nach? ich renne jetzt grad davor da haben wir da sollen wir irgendwie jetzt hin ich hab abzu hab's auch da ich hab abzu kein Peil ob mit ne das ist das haben das ist nicht das was wir machen wir sollen anscheinend wirklich erst das ganze machen und dann da hingehen glaub ich's auch ne dann müssen wir das alles erkunden hatten wir das jetzt schon gemacht? ja das hatten wir äh nein ich renne jetzt grad zu den einen hoch also chillt eure reihe dann machen wir jetzt erst das hier oder? das hier wo ich jetzt grad stehe ja ja hatten wir noch was tauchen das ist schon das ist schon das hat man als Play gesehen das ist wirklich sehr schön das ist totale schwammige steuerung dass wir alle abkotzen ja das macht wirklich Spaß ich glaub ich verpieß mich jetzt dann willst du nicht noch den Part machen und dann? ja mach mal jetzt noch das Tauchen und dann kann's gehen halt du musst ihn so machen wir haben es wird Kröte wir müssen aus den Zellkunden finden nynynynynynene muito funktioniert des Dedes hächs nicht kleineren Sack das ist kommt ndvowwärts ani mit RT schalten wir eine lampe an mit LT ใj düşün ja scheiße sag's halt, quasi hab's grad auch erst gemerkt ja ich hab dir bis jetzt auch immer alles gesagt vielleicht beginnt hier der totale Krieg, alter alter nein, das ist nicht gut ist doch richtig schön hier, um zu tauchen also, Mila hat auch mal getaucht das war richtig, habt ihr auch schon mal getaucht, Mila Leute Christian schwimmt auf einem der Oberfläche weil ich war wirklich, ich war ja der schwimmt um, natürlich auch sonst letztes Jahr war es in Portugal und hab getaucht das war sehr schön und der ist mal nicht lang ja ich hab auch eine gefunden, aber warum dann musst du a-drücken, du boah ja, scheiße, ja ich hab dieses Abo-Problem, alter, wer dir das haut, bin ich an Kuba, kannst du und da ich glaube es auch, dass ich wieder tauchen gehe da ist auch eine Schildkröte das links von mir ist eine fette Kulte ich glaub die Noten ich sehe sogar zwei links neben mir ist auch eine Kulte wir haben es in 5 und 6 nein, aber eine Kröte häss dich aber ungespielt ja die mit Noten, die haben wir schon gefunden doch, wir haben was mit dem der hatte keine Note ok, tschüss 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 aber der Part endet es noch nicht ok, bleibt doch noch er bleibt doch noch bis zum Ende des Partes soll ihm das gerade für die Mikrofone ausrasten warte du bist ja leid du bist ein schlechter Freund ja was sagt ihr, was soll popen hey, nein, nein, wir machen es anders ok ok von So, das war's der Zune. Da ist doch der blinkende Spot-Art direkt. Ähm, Züder, gehen wir jetzt einfach mal hin. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich gehe jetzt zur blinkenden Spot-Art. Ja, oder auch nicht. Ich mag schon da, wir chillen. Ich gehe da groß hin. Wollen wir das machen? Nein. Ich habe abgebrochen. Ne, das können wir machen. Das haben wir noch nicht gemacht. Ne, das haben wir noch nicht gemacht. Können wir machen. Doch, doch. Z-Mod haben wir schon. Das ist nur noch mein Extra. Ja, eben. Ist doch egal. Ist doch scheißegal. Vielleicht haben wir noch nichts. Weiß es nicht. Nein, es ist neu. Haben wir noch nicht. Sag ich doch. Ja, ist ja gut. Es ist David. Was willst du erraten? Kannst du mir auch von mir so hauen? Danke. Schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn. Kleiner Sacki, Alter. Schämt euch. Du bist noch ein kleinerer Sacki als mein Mietzimmer. Schämt euch. Drecks machen ist völlig unmiss dafür. Aber Leute, wir müssen 200 Tringeldus fahren, ne? Ich sag's nur. 200 Tringeldus fahren. Mietzi hat ein Sacki. Leute. Sie ist kein Sacki. Sie hat da Sacki gezahlt. Wir müssen 200 Tringeldus fahren und sind jetzt erst 2 gefahren. Ja. Oder irgendwas, was für ein Rang. Ach ne, wir müssen Rang zu 100 haben. Ach, dann haben sie ihm den Sacki abgeschnitten. Jetzt Katze, aber aufhören wir über Sacki zu reden. Ja, die haben gestriert deswegen. Der Sacki ist ab. Oh Leute. Der haben wir Sacki. Der haben wir Sacki. Wieso? Ja, weil ich's gerade im Gegensatz zu dir. Ne, ich komm da nicht hoch. Weil du es nicht kommst. Ja, aber das ist nicht ganz wie schon gesagt. Leute, wie sind Rang 1 und 200? Hä? Ich weiß nicht von euch, dass man die machen soll. Aber auf 200 Punkte, du dumme Sau. Ja, wie haben wir erst einen? Ist du blöd? Was? Ach so, wir sind Rang 1, aber wir haben irgendwie... Rang 1 braucht man 200 Punkte. 1,87. 1,87. Ich komm auf 2,21 Jungs. Ah, einer hat's geschafft. Ja, ich. Einer reißt da auch um diese Mission abzuschließen. Ich hab noch 3 Punkte gefehlt. Auch gut. Ich hab's geschafft. Guck mal, ich hab einen. 1,87. 1,87. Das war doch meine Absicht. Ja. Das war doch meine Absicht. Ich hab die Worte. So, das war's mit dem 2,21 Jungs. 2,21 Jungs. Ganz genau. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.